Diese Woche gesellt sich mal wieder ein neuer Loading Spinner zu meiner Sammlung. Und zwar werden wir diesen Loading Spinner heute bauen, ausschließlich mit CSS. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, dauert nicht wirklich lange, also los geht's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Tutorial. Heute geht es mal wieder um eine Loading Spinner Animation. Es ist schon eine ganze Zeit her, dass wir mal eine solche Animation gebaut haben und deswegen habe ich einfach mal wieder Lust drauf. Wir nutzen dafür CSS, natürlich ein bisschen HTML, aber kein JavaScript. Also es ist für die Anfänge unter euch gedacht und man kann es relativ leicht replizieren. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, wie immer ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord, wo ihr der Community joinen könnt, Hallo sagen könnt, euch mit Gleichgesinnten austauschen könnt oder einfach mal Hallo sagen. Ansonsten, ja, werden wir jetzt anfangen. Viel Spaß, auf geht's. So wie immer in meinen Videos gibt es als erstes mal eine kleine Einleitung, wie das Ganze hier funktioniert und wie mein Setup ist. Das hier ist Visual Studio Code, das hier ist eine Seite Chrome und hier findet ihr meine standarde Entwicklungsumgebung mit einigen Dateien. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Da gibt es nämlich ein Video, was das alles erklärt. Ansonsten findet ihr dort auch eine Live-Demo und was nutzen wir heute? Wir müssen natürlich ein bisschen HTML schreiben. Hier ist schon ein bisschen Boilerplate-Code drin, aber alles, was wichtig ist, kommt hier zwischen die beiden Kommentare. Dann gibt es noch hier unsere SCSS-Dateien, nämlich einmal unser Preset. Da ist schon ein bisschen was drin, das ist aber irrelevant und das eigentlich Interessantere ist hier in dem Style-Bereich, wo ich einfach nur die Presets lade, dass halt unser Inhalt in der Mitte zentriert ist und halt bestimmte Farben da sind und sowas. Nichts für das Tutorial Relevante. Alles, was wichtig ist, schreiben wir noch. Mehr machen wir auch gar nicht. Deswegen legen wir jetzt als erstes mal los mit HTML. So, und los geht's mit unserem eigentlichen Tutorial und hier mit HTML. Das Ganze ist nicht wirklich schwer. Wenn wir in unserem HTML sind, brauchen wir erstmal eine Div-Box. Diese Div-Box bekommt von uns eine Klasse, nämlich Loader und innerhalb von Loader gibt es zwei weitere Div-Boxen, einmal mit der Klasse Static und das kopieren wir uns, fügen das hier unten ein und erzeugen uns noch eine zweite Klasse, nämlich hier Dots. Innerhalb von Dots gibt es jetzt wieder eine Div-Box mit der Klasse Dot und das Ganze kopieren wir uns jetzt fünfmal und kopieren uns vier davon und fügen die hier oben bei Static wieder ein. Das ist jetzt noch nicht ganz fertig, weil wir sehen, wir haben hier unten fünf, hier oben vier. Warum? Wir haben ja gerade gesehen in der Live-Demo, dass wir vier statische Punkte haben und ein Punkt sich quasi durch diese Punkte so durchmorft. Und dieser Morph-Effekt wird hier unten auf diese Dots angewendet. Hier oben, das sind die vier Static-Punkte. Die verändern sich nicht. Das bedeutet aber, wir müssen einen Punkt, nämlich den ersten, den wir hier haben, gezielt ansprechen können mit CSS. Und das machen wir, indem wir hier eine weitere Klasse, nämlich Animated, hinzufügen. Das speichern wir ab. Mehr müssen wir im HTML erstmalig machen. Später müssen wir hier noch ein bisschen was hinzufügen, wenn wir diesen Morph-Effekt erzeugen wollen. Aber erstmal kümmern wir uns darum, die Circle zu erzeugen und dann, dass der sich nach links und rechts animiert. Und das machen wir in CSS. Zoomlos geht es mit dem eigentlich spannenden Part dieses Tutorials. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir sorgen erstmal, dass unsere Kreise und Dots sichtbar werden. Deswegen sage ich jetzt hier, die Klasse Dot bekommt von uns eine Größe mit 5 Rem, außerdem eine Höhe mit 5 Rem. Und wir wollen, dass die Boxen ja auch rund werden, deswegen machen wir Border Radius 5 Rem. Und man sieht jetzt schon etwas, was nicht so gut ist. Wir haben hier fünfmal dieselbe Variable. Und das ist grundsätzlich zu vermeiden. Deswegen sagen wir jetzt hier oben eine Variable, nämlich 5 Rem. und definieren die mit dem Namen Size und fügen die hier unten einfach dreimal ein. In dem Moment hat sich an unserem Code nichts verändert, außer, dass wir die Größe jetzt dynamisch anpassen können an einer Stelle in unserem Code. Das nächste, was wir machen wollen, ist das Ganze natürlich mal sichtbar machen. Hierfür füge ich jetzt einfach mal eine Hintergrundfarbe ein und schwupps sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 9 Punkte, das ist schon mal richtig. Aber wir haben ja zwei verschiedene Klassen. Wir haben ja einmal eine Klasse vorhin definiert, die heißt Static. Und wir haben eine zweite Klasse definiert, die Dots heißt. Das füge ich jetzt auch einfach mal hier ein. Und wir können jetzt sagen, okay, wir wollen hier drinnen eigentlich unsere Sachen unterschiedlich färben. Was heißt, die Dots, die innerhalb der Klasse Dots sind, sollen die Hintergrundfarbe Red bekommen. Und die, die in der Klasse Static sind, wollen wir in einer anderen Hintergrundfarbe einfügen. Ich sage jetzt einfach mal Dots, unten wird blau. Und hier nehme ich das raus. In dem Moment, wenn ich das mache, sehen wir, wir haben hier oben unsere vier Static Dots und hier unten unsere fünf, in Klammern, dynamischen. Aber wir haben hier eine Parent-Klasse und die füge ich jetzt hier oben einfach mal ein. Das ist Loader. Alles, was wir hier definiert haben, ist eigentlich ein Child von Loader. Deswegen sollten wir das auch so definieren und verschachteln. In dem Moment, wenn wir das getan haben und ich das abspeiche, passiert erstmal nicht sonderlich viel. Aber wir haben jetzt hier unsere beiden Childs, nämlich einmal Static und nicht nur Static oder auch hier die Klasse Dots. Die sind ja beide Childs von unserer Klasse Loader und kriegen jetzt mal ein paar Attribute, dass sich unsere Dots richtig verhalten. Hierfür sage ich jetzt einfach Display und nutze Grid. Grid ist ein CSS-System, was uns ermöglicht, Boxen zu sortieren. In unserem Fall wollen wir die in vier Spalten, also Columns, sortieren. Hier sage ich jetzt einfach Grid Template Columns. Wir haben gesagt vier Spalten, deswegen schreibe ich jetzt das hier rein. Ein FR, ein Fragment quasi und das Ganze viermal. Das heißt, es gibt vier Spalten und egal wie groß der Parent ist, die werden sich anpassen. Deswegen speichere ich das jetzt ab und wunderbar, wir haben jetzt vier Spalten. Das Problem ist, die sind alle noch so sortiert. Also die rutschen untereinander und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass die übereinander liegen, sodass die quasi hintereinander sich stacken. Aber wie genau machen wir das? Wir haben hier hier Static definiert und Static funktioniert super, wenn man hier sagt Position Absolute. Das heißt, wir positionieren das Ganze Absolute. Wer mit Position noch ein bisschen Probleme hat, unten in der Videobeschreibung ist ein Video von mir, wo ich die Basics hinter Absolute wunderbar erkläre. Ansonsten sagen wir jetzt, okay, wir wollen die nach oben und nach links ausrichten. Also wir wollen die quasi hier an diesem Punkt definieren. Um das zu machen, sage ich Top 0 und Left 0. Außerdem wollen wir die gerne über unsere Dots schieben. Deswegen sage ich Z-Index 2. Wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir aber, irgendwie sind die hier hochgerutscht. Wir wollten die doch hier hin haben. Warum ist das so? Wir wollen jetzt als Referenzwert das hier, unsere Klasse Loader, also den direkten Parent benutzen. Deswegen müssen wir unserer Loader-Klasse noch ein weiteres CSS-Attribut geben, nämlich Position Relative. Damit bezieht sich jetzt unsere Klasse Static und hier die Position Absolute auf unseren Loader. Und wie ihr seht, liegen jetzt unsere roten Punkte genau über unseren blauen Punkten. Das wird auch deutlicher, wenn ich hier mal einen kleinen Abstand reinmache und man sieht, dass unsere blauen Punkte noch dahinter liegen. In dem Moment haben wir schon mal unsere Static Points definiert, aber dieser eine hier, der ist noch nicht richtig. Der ist ja, der ist nicht falsch, also der ist irgendwie falsch, der darf doch nicht so sein. Das Ganze ist aber nicht wirklich schlimm, weil wir können das hier jetzt verändern. Und zwar hat hier diese eine, dieser eine Kreis hat von uns hier eine zusätzliche Klasse bekommen, und zwar Animated. Was heißt, ich habe jetzt hier in Dots die Dot-Klasse und hier sage ich und, wenn die Klasse die Klasse Animate bekommt, und dann wollen wir zusätzliche Sachen definieren, und zwar genau das hier. Wir wollen Position Absolute definieren mit Top Left 0. In dem Moment sehen wir, das ist hier nicht richtig, aber wenn ich hier sage 100%, dann rutscht unser blauer Punkt wieder nach oben, und wenn ich sage minus 100%, dann rutscht der nach oben. Wir wollen den hier aber genau an dieser Position stehen lassen. Das Schöne ist, was wir jetzt machen können, wir können uns eine Animation definieren, damit dieser Punkt immer von links nach rechts geht. Aber erstmal wollen wir noch ein bisschen Abstand hier zwischenbringen, und das Ganze ist ziemlich einfach. Das machen wir nämlich hier oben einfach bei unserer Static Dots, bei unserem Grid Template, einfach Grid Gap. In dem Moment haben wir jetzt hier Abstand zwischen unseren einzelnen Kreise gebracht, das funktioniert wunderbar. Und was wir jetzt noch brauchen, ist mal eine Hintergrundfarbe nur zum Testen, hier oben, wo ich einfach mal sage, wir machen jetzt eure Hintergrundfarbe White. Wir wollen jetzt aber etwas machen, und zwar wollen wir ja später, dass unser einer Punkt, der gerade hier liegt, hier rüber geht, und dann wieder auf die andere Seite, und dann wieder hier rüber, und wieder auf die andere Seite. Und diese Fläche, die er zurücklegt, müssen wir ebenfalls Teil von unserem Loader machen. Und das funktioniert mit Padding. Mit Padding sage ich hier oben einfach bei unserem Static Grid. Wir wollen 0 nach oben, und wir wollen aber hier in der Seite das definieren, und zwar sagen wir jetzt hier auch Dollar Size. Und wir nehmen das Ganze mal 1.5, weil wir wollen ja weiter als nur unsere Size, und dasselbe wollen wir links und rechts. Das kann man so schreiben, man kann das Ganze aber auch so schreiben. Und wie das mit Padding und Margin und so funktioniert, da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Das ist auch eine Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch angucken, wenn ihr damit noch ein bisschen Probleme habt. Prinzipiell sehen wir jetzt, dass hier unser Punkt ganz drüben liegt, und wir hier unsere vier Punkte haben, und hier ist leer. Ja, das sieht also schon mal ganz gut aus. Wir können jetzt unsere Hilfsform hier hinten mal löschen. Wir sehen jetzt, unser Punkt ist richtig formatiert. Jetzt können wir das Ganze natürlich animieren. Eine Animation in CSS funktioniert mit Keyframes und einem Identifier. Unser Identifier, den möchte ich jetzt einfach mal als Move bezeichnen, und wir haben einen Startwert, das ist in unserem Fall einfach 0%. Und natürlich haben wir nicht nur einen Startwert unserer Animation, sondern auch einen Endwert, das ist 100%. Wir wollen unseren Ball hier bewegen, und das Beste, wenn man etwas bewegen möchte in CSS, ist immer das Transform-Attribut. Und hier sagen wir Translate. Und zwar wollen wir den am Anfang mal auf minus 10% animieren, und in dem Moment, wenn wir quasi ganz drüben sind, dann wollen wir das Ganze auf 810% animieren. In dem Moment, wenn ich das jetzt so abspeichere, passiert natürlich nichts, weil unsere Animation noch nicht zugewiesen ist. Hier haben wir die Klasse Animate, die unser kleiner Blower-Punkt hier hat, und hier können wir jetzt sagen Animation, und wir wollen hier gerne einmal einen Namen, nämlich Move. Dann die Duration, das lösche ich mal eben raus, die Duration sage ich jetzt einfach mal 2500 Millisekunden. Wir wollen so eine kleine Timing-Function, nämlich Ease In-Out, dann Infinite, dass das quasi endlos ist, und Alternate. Alternate bedeutet, dass die Animation von 0 bis 100% geht, und dann von 100% zu 0 und von 0 bis 100%. Sonst würde das quasi zu 100% gehen, und dann instant wieder bei 0 landen, und das sieht komisch aus. Deswegen müssen wir Alternate geben. Jetzt sehen wir, unser Ball animiert sich schon von links nach rechts, wunderbar. Die Geschwindigkeit ist Geschmackssache, wir können das Ganze auch schneller machen. Wie ihr seht, 1500 Millisekunden ist ein bisschen dynamischer, ist ganz euch überlassen. Allerdings gibt es ja noch eine zweite Animation, die wir vorhin gesehen haben, nämlich dass sich auch die Farben ändern, und das müssen wir natürlich auch noch bauen. So, um sich die Farben nämlich auch ändern zu lassen, kopieren wir uns mal diese Animation hier unten, nennen die jetzt einfach Color, und sagen, wir haben hier nicht nur zwei, sondern drei Key-Werte, und was wir animieren wollen, ist natürlich die Hintergrundfarbe. Das heißt, wir sagen, erst wollen wir die von 0, zum Beispiel bei 50%, ändern auf Background-Color-CI-Green, und dann am Ende sagen wir nochmal, okay, wir wollen das Ganze auch zu Red ändern, und in dem Moment passiert auch nichts, weil wir haben es ja noch nicht zugewiesen, und zwar, wem wollen wir das Ganze zuwiesen? Unseren Dots im Allgemeinen, also wirklich allen Dots hier in Static. Und da sagen wir einfach jetzt, statt unserer Background-Attribut-Geschichte hier, sagen wir auch Animation, in dem Fall Color, und wir sagen hier 5000 Millisekunden, also 5 Sekunden, auch hier ist In und Out, auch hier Infinite, und auch hier Alternate. In dem Moment speichere ich das Ganze ab, und ihr seht jetzt, diese Kugeln verändern ihre Farbe, also die gehen hier einfach durch, und gehen durch diese drei Farben, wie ihr möchtet, können natürlich mehr, können weniger Farben sein, können schneller durchgehen, und das so anpassen, wie ihr wollt. Was ihr aber natürlich jetzt noch seht, hier ist noch nicht so eine coole Morph-Funktion, auch wenn ich hier ranscrolle, sehen wir, da ist noch nicht so eine richtige Morph-Funktion drin, die fehlt noch. Und das ist das nächste Kapitel. So, was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist unser schöner Morph-Effekt, der hier drin liegt. Für viele, die ich meinen Channel schon einige Zeit verfolgen, wird das jetzt nichts Neues sein, ich kopiere mir hier einen riesen Absatz SVG-Code rein. Dieser SVG-Code sieht komplizierter aus, als er ist. Ich habe ihn in diversen meiner Videos schon verwendet, und unten in der Videobeschreibung ist auch ein Link zu einem Video, was genau erklärt, was ich hier mache. Grob zusammengefasst, ich erzeuge mir ein SVG. Dieses SVG blenden wir jetzt komplett aus. Wir wollen nicht, dass dieses SVG in irgendeiner Weise zu sehen ist, deswegen hat das hier oben eine Klasse bekommen. Diese Klasse sprechen wir jetzt hier einfach in CSS an, sagen Visibility Hidden, Position Absolute, und ziehen das ganz weit raus aus dem Screen, so dass der Nutzer niemals sieht, dass es überhaupt existiert. In dem Moment passiert auch nichts hier, wir haben jetzt aber hier ein SVG hinzugefügt. Dieses SVG kann auch nichts, es hat keine Größe oder irgendwas, das ist eigentlich interessant, ist hier der Filter. Der bekommt von uns eine ID, die müssen wir uns merken, weil die brauchen wir gleich in CSS. Und was hier drin passiert, bei so einem Filter, ist nichts anderes als das, was in Photoshop oder anderen Bildbearbeitungsprogrammen passiert, und zwar definieren wir einen Blur, einfach einen Gaussian Blur, was heißt, welches Element wir auch immer mit dem Filter ansprechen, das wird weich gezeichnet. Danach sprechen wir eine zweite Funktion an, nämlich Color Matrix, und damit ziehen wir quasi den Kontrast hoch. Damit machen wir alles nicht mehr blurry, sondern ziehen alles wieder so zusammen, dass der Kontrast hochführt und sich wieder scharfe Kanten bilden. Danach bauen wir ein neues Composite aus diesen beiden Filtern, aus diesen beiden Funktionen, und erzeugen so unseren GUI-Effekt. Wie das genau in der Theorie funktioniert und alles, unten in der Videobeschreibung sind Videos dazu. Ich habe das, wie gesagt, in diversen meiner Videos schon verwendet, und es ist einer meiner absoluten Lieblingseffekte, deswegen werde ich den auch in Zukunft immer wieder verwenden. Aber wie genau sprechen wir den jetzt an? Wir gehen hier in Style und sehen jetzt hier unsere Dots, was heißt, wir haben da jede Menge Dots, und wir müssen jetzt das Parent-Element suchen, also das Element, was quasi alle Dots, die irgendwie weich gezeichnet werden sollen, als Parent dient. Und das ist in unserem Fall diese Klasse hier, nämlich Dots. Der geben wir jetzt ein Attribut, Filter, und beziehen uns jetzt auf eine URL. Diese URL ist nicht wirklich eine URL, sondern bezieht sich auf die Klasse, beziehungsweise die ID, die wir in unserem SVG definiert haben. Hier in unserem SVG ganz oben haben wir unseren Filter mit der Klasse GU, und das ist das, was wir hier ansprechen wollen. Deswegen speichere ich das Ganze ab. Und in dem Moment passiert hier diese Magic, dass dieser blaue Punkt quasi einfach so einen lustigen kleinen Morph-Animations-Ding kriegt. Und wir können beispielsweise hier auch noch eine andere Hintergrundfarbe geben, zum Beispiel CI White. Und in dem Moment haben wir einen weißen Punkt, der sich hier animiert. Ich persönlich würde aber bei dem blauen bleiben, finde ich persönlich schöner. Und ihr könnt das Video jetzt natürlich anpassen, wie ihr wollt. Schreibt doch mal in die Videokommentare, ob ihr es irgendwo verwendet oder ob ihr es angepasst habt oder ob euch dieser Effekt überhaupt gefällt. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal Hallo sagt. Unten in der Videobeschreibung sind jede Menge Social-Netzwerke verlinkt, wo ihr mich erreichen könnt und wo ihr auch jede Menge Links findet, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.